Tag, heute ist Dienstag, der 8. Dezember 2015 und habe gerade schon mal mit dem Laufen erzählt, aber ich weiß nicht, ob ich die Aufnahme überhaupt nehmen möchte und ob ich die nehmen kann oder so. Ich bin heute um 7.30 Uhr erst wach geworden, weil es spät ist zum wach werden für mich. Ich meine, ich habe mir keinen Wecker gestellt oder so, aber es ist wirklich spät für mich. Und ich wollte schon fast als Ausrede benutzen, dass ich keinen Sport mehr mache, aber ich habe meinen Schweinehund ignoriert und bin dann, nachdem ich mit Cookie draußen... Cookie, hierher! Ja, also ich habe meinen Schweinehund ignoriert und nachdem Cookie draußen war und die Gassi rumgemacht hat, bin ich dann laufen gegangen und war dann erschrocken, als ich wieder zurück war und das war schon 9 Uhr, weil da habe ich erst wirklich registriert, wie spät ist. Naja, aber es war trotzdem gut, auch wenn ich glaube, ich kriege jetzt Muskelkater. Nach einem Monat Pause vielleicht zwei Mal hintereinander. Sollte ich Muskelkater bekommen? Ich musste wieder Gehpausen einlegen. Obwohl ich so Gehpausen einlegen, weiß ich nicht, aber das war dann vielleicht auch der Schweinehund. Und eine Pause habe ich eingelegt, um einen Entdeck klarzumachen. Na ja, hoffe ich nicht klappt. Ähm, ja, ansonsten muss der Tag heute wieder von Arbeit zu Hause geprägt sein. Musik tut selten gut ich krieg schon muskelkater bin ich mir ziemlich sicher aber egal dann gehe ich halt morgen nicht laufen aber sehen ich sag noch nicht gleich nein sehen wie es mir morgen geht aber ich bekomme definitiv muskelkater das mache ich mir aber erstmal kasse da ist nämlich wunder medizin die hilft bei allem ach gott ich habe heute noch gar kein türchen geöffnet jetzt aber zeit wieder kein alkohol drin bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Ach, war das eine schwere Geburt. Ich muss unbedingt wieder heute Nacht anfangen mit dem Videoschneiden. Wenn ihr am Abend keine Lust mehr habt, dann hab ich gesagt, ach, dann machst du das morgen. Dann bin ich heute Morgen spät aufgewacht, dann war ich mit dem Hund draußen, nach dem Laufen musste ich mit dem Hund raus. Dann kam ich wieder und dann war ich schon um 10, halb 11, halb 11, 11, irgendwie so in dem Dreieck, weiß ich nicht. Ich fing dann mit dem Videoschneiden an und habe irgendwie nicht mehr so den Elan gefunden. Ich habe mich laufend ablenken lassen, war langsam dabei, keine Ahnung. Na ja, so, nun habe ich das alles veröffentlicht und mit einem Anmerkmalumschluss reingemacht und sehe hier, dass ich hier auch nicht vergessen habe, das zu ändern in Vlog 117. Na ja, ist jetzt nicht weiter schlimm, aber irgendwie ärgert es mich doch ein bisschen, aber ich fange jetzt nicht an, das Video nochmal hochzuladen oder so. Aber egal, klicke jetzt also hier auf Änderung übernehmen und dann ist gut. Bis zum nächsten Mal. 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 Oh, oh, 10 vor 11. Ich habe mich auf der Couch schon liegen, habe schon fast zu schlafen. Ich gehe jetzt mit dem Hund raus. Letzte Runde für heute. Und hoffe, dass ich wieder wach werde davon. Dann setze ich mich ran und schneide die Mitte noch ein bisschen. Nur ein bisschen. Ganz sowieso nicht, heute nicht mehr. Ich weiß, wie ich mich voll noch mal rummache. Naja, morgen ist Sonnenunter. Alles klar. Vielen Dank für Ihr Aufmerksamkeit. Tschüss.